Du schlägst dich durch den Amazonas in Badehosen. Du überquerst den Atlantik auf einem Gummiball. Du besteigst Berge in Flipflops. Ach nein, seien wir mal ehrlich, das tust du nicht. Aber was du tun kannst, ist dir ein Flyer Gorog 4 zuzulegen. Damit erklimmst du hohe Pässe, fährst weite Touren, erkundest wilde Gegenden und verbringst Nächte unter dem Sternenhimmel. Wo der Asphalt endet, fängt für dich dank des vollgefederten Fahrwerks das Abenteuer erst an. Und mit dem großen Akku passen noch ehrgeizige Projekte in ein Wochenende. Also, wie sieht's aus, du Abenteurer? Bist du dabei? Bist du dabei? Bist du dabei?